Ja, und sende Herr, alle Welt, diene dem Herrn mit Freude, diene dem Herrn mit Freude, von was dein Herz gesitzt ist mit Frau Mogen, er erkennte, dass der Herr, der Gott ist. Er hat uns gemacht und ging ins Herz zu seinem Volk, und sie schaffte uns durch seine Freude, 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 Amen. Und seine Wahrheit viel und viel.